Eine... Diese Höhle... Warte, was steht da? Hilfe, Urkita-Ball fliegen zu lernen. Fliegen wie ein Vogel! Guck mal, was das für ein Typ ist. Windgea... Senf, woher Sie? Hört, woher Sie sind? Hört, woher Sie sich purely beteken Science! Windgea... Was bitte Herrang? du schweib Sou! Oh, Sandbupau-San-Patra! Oh, Sandbupau-San-Patra! Okay, ja, alles klar, äh, ja. Ich fliege ja ein Vogel, aha. Sonst geht's dem noch gut, oder? Weiß ich nicht. Äh, wir hatten noch Fähigkeitspunkte, ich werde ja jetzt hierauf zugreifen. Dann muss ich das lernen. Leider. Was ist der? Nee, das ist doch nicht der. Der ist gar nicht in der Liste. Der ist auch drauf, aber... Hm. Lila? Was sind's? So. Das war wie, wie ein Vogel fliehen. Ich hab's euch gezeigt. Man fällt wie ein Stein wieder runter. Das steht schon mal an. Ich bin der Erste, haha. Ja. Ja. Ja, geh und heut, die hier von Ucri. Schön, gute Rabe. Toll. Das war der Rabe. Schade! Hm. Aber, ja. Was liegt da? Ein Tapir. Das brauche ich nicht. nect… Hm. …much… Wie hat jemand direkt abhaut. Much… …much… 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 Doppeltot. Nüss. Ey! Arschloch! Hör! 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 Yes! Nein! Hä? Sollte das auch? Ich muss gerade kurz rüber. Ja. Ach, ein Schneefuhr. Wolle. Einsammer. Ja. Es muss noch ein Entfügel hören. Ah, komm mal. Ja. 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 Exkirh. Aktuell. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Landen die auch mal? Seit wann haben die den Weiß da unten? Leck mich doch! So! Wie willst du denn mehr kommen? Das geht doch gar nicht! Das geht doch gar nicht! Ich hab keine Ahnung! Das geht doch gar nicht! Das geht doch gar nicht! Mega! Den hole ich mir! Wo ist der? Okay! Da! Ah! Schon weg bringen? Okay! Hier hat man doch nichts rein gegriffen! Ach da ist die Maus! Eigentlich alles voll! Was war das denn für ein Kruch von draußen? Hör ich halt so schreien! Wäääh! 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 Nein! Ich habe keinen Namen für ihn. Wie hieß der Nummer von Ice Edge? Money? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Nee, ah, der Name. Das war nicht spannend. Du bist gleich tot. Ah, hier müssen wir noch etwas zusehen. Ach da. Der ist gleich tot. Ah, okay, der Assassin's Creed, wahrscheinlich der erste Assassin, der den Todessprung erfunden hat. Wo ist er? Da. Hallo? Oh, oh, oh. Komm doch runter. Der hat Schmerzen, okay. Oh, ja. Ja, ich kann mal den jetzt machen. Der ist da oben. Also wieder rauf. So entstand der Todessprung. Stahu. Das ist noch höher. Ähm. Warum hat er den Punkt nicht genommen? Man hört den bis hier. Ähm. Das war das. Scheiß drauf. Erstmal kurz gucken und dann weg. Ich gehe kurz da rein und dann mache ich eine Aufnahmepause. Weil dann speichert der es auch ab. Ah, okay. Ich muss schon sagen. So viel dazu. Alter, wie hoch ist denn das? Oder der. Bär. Ich hoffe, das ist auch nur so, immer, äh, so lang, zögert sich, äh, mit dem Bär. Wie beim, ähm, selben Zahn. Was ist denn hier aus dem Krettern? Ich muss auf jeden Fall da hoch. So viel ist klar. Oder so. Mann, hier Marmuts, Alter. Einfach voll auf dem Hügel. Klar. Wie kommen wir denn hier hoch? Oh. Oh. Mist. Ah. Attends, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, da will ich auch hin. Danke für die Info. Unter mir. Ach, da. Na. Gut. Oh. Alle. Ah. Ah. Sag mal. Gerade biegen. Der Narbenbär. Gucken, ob die Narbe auch so groß ist. Dass er Narbenbär ist. Oh. Unter Wasser. Boah, sieht immer so dreckig aus. Und so. Wie. Na. Es gibt bessere, ähm... Unter Wasser. Spiele. Also. Ähm. Achso. Könnte ich sagen, ey. Da ist auch weg. Der selbe Zapp von mir. Untersuchen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? 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 Von Wollnastung. Sperrgürtel. Noice. Tobsuchtbombe. Ach, das sind diese Giftbomben, ne? Und das ist wahrscheinlich... Ah, das ist der Feind von den Isilas, ne? Also der Bösewicht, ja. Das ist der von Udam. Ah, okay. Das ist auch ein Feind. Doppelbogen. Seltene Nordseeder. Da brauchen wir viel. Alles seltene Nordseeder. Ah, hier, Hirschhaut, ne? Bombengürtel. Großeltschaut. Viel neuer. Die auch noch selten, ne? Selbstantiger Fell, okay. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Mal. Tschüss.